Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, bevor ich euch erzähle, was wir heute machen, wollte ich ja noch einmal sagen, dass ja aufgrund der aktuellen Krise, die ja bestimmt nicht schön bekannt ist, die ganzen Restaurants nicht aufhaben und ich daher eben aktuell keinen Restauranttest machen kann. Ich mir aber überlegt habe, für die Zukunft einfach Lieferdienste zu testen. Gerade jetzt für die Zeit, das ist ja eigentlich auch nicht schlecht zu wissen, weil viele sich ja schon mal Essen bestellen möchten und von daher werde ich das so machen. Also kommt nächstes Wochenende dann schon ein Lieferdienst-Test. Und ja, heute möchte ich mit euch mal wieder kochen mit dem Monsieur Cuisine. Und zwar werde ich heute auch mal wieder ein Thermomix-Rezept ausprobieren und zwar mein Lieblingsrezept auch von den Mädels von Food with Love. Und zwar ist das einmal Tomaten-Mozzarella-Schnitzel mit Gnocchi überbacken. Ja, ist auf jeden Fall super lecker und da wünsche ich euch schon mal viel Spaß dabei. So, erster Schritt, Gnocchi in eine gefettete Auflaufform geben, den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Ja, die Auflaufform habe ich schon gefettet, dann tue ich da eben die Gnocchi rein. Zweiter Schritt, die Schnitzel mit Salz und Pfeffer würzen, auf die Gnocchi in die Auflaufform geben. Okay. Der nächste Schritt ist die Tomaten und die Mozzarella in Scheiben schneiden. Tomaten auf die Schnitze verteilen, dann die Mozzarella-Scheiben drauflegen. Also eigentlich nimmt man da eben zwei große Tomaten. Allerdings gab es keine großen Tomaten mehr. Und ich habe jetzt kleine Cherry Tomaten gekauft und werde die dann halt auch einfach klein schneiden. Und drauf tun geht ja auch, aber an sich finde ich es halt immer schöner mit großen Tomaten. So, das war es erstmal mit der Auflaufform. Als nächstes Zwiebel und Knoblauchzehe in den Mixtopf geben. 5 Sekunden Stufe 5 zerkleinern. Jetzt natürlich mit dem Spatel erstmal nach unten schieben. So, nächster Schritt ist Öl zu geben und 3 Minuten 120 Grad Stufe 1 dünsten. So, dann Wasser, Gemüse, Brühpulver, Sahne, Tomatenmark, Salz, Pfeffer, Zucker und Kräuter hinzugeben. 5 Minuten 100 Grad Stufe 1 aufkochen. Jetzt zum letzten Schritt Soße über die Schnitzel gießen und im Ofen ca. 30 Minuten überbacken. Das Essen ist jetzt aus dem Ofen und ich werde es dann einmal auf einen Teller umfüllen. Ich werde das jetzt einmal vor der Kamera probieren. Und noch einmal, damit ihr es aussieht. So sieht das Ganze aus. Echt ein super tolles Gericht. So, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ich habe euch jetzt gefallen und ihr habt vielleicht ein paar Inspirationen bekommen. Ich würde mich wie immer sehr über ein Abo freuen und schreibt doch gerne mal in den Kommentaren, ob ihr so etwas ähnliches auch schon gekocht habt oder jetzt vielleicht auch mal ausprobieren werdet. Und ja, ansonsten schaut gerne auf meinen Instagram-Account Food Scalery vorbei und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Eure Scalery! Sprecher 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 Vielen Dank.